Einen wunderschönen guten Morgen aus Köln. Wie angekündigt bin ich jetzt kurz vor Karneval mit einer weiteren Episode da und eigentlich wollte ich ja ein bisschen Programmvorschau für Karneval. Ich habe also mal geschaut was so an Veranstaltungen ansteht und mittlerweile muss ich sagen puh da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen übernommen denn ich komme auf geschlagene 31 Veranstaltungen im Technologienbereich allein von zweiter Fastnacht bis zum Karnevalsdienstag. Ich werde dennoch versuchen einfach mal einen groben 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 Überblick zu bieten was denn da so draußen ist. Vielleicht wird euch das jetzt auch ein bisschen erschlagen denn mal davon abgesehen dass es auch unsere Stammclubs und so weiter wie Heizgau, Ordonien, Nachtigall und so weiter gibt. Es sind jetzt auch ein haufen anderer Locations mit kleinen Donnerveranstaltungen echt mit dem Rennen und die sind gar nicht mal so schlecht. Fangen wir als erstes mal mit dem Donnerstag an. Donnerstag die Open Air am Aachener Beuer ist erstmal abgesagt bzw. zusammengelegt worden mit der am Samstag aber nichtsdestotrotz gibt es hammer viele Dinge am Donnerstag. Fangen wir an mit Solar Jektujek im Clubbahnhof Ehrenfeld. Im Domhof ist Man at Arms. In der Mikrobar Zirkuskarnivale. Underground. Warehouse in Cranken. A la Fou mit Kompakt im Jakku. Loco Dice ist im Heinz Gaul. Familiärer geht es mit All My Friends im The Bird zu. Im Aachtheater ist unter anderem Kerstin Eben. Monolog ist zu Gast beim Treibstoffclub auf Odonien. Im Gewölbe gibt es unter anderem Pfeifer von Rhein-Rhythmik und Franka. Und in der Nachtigall tun sich Psycho-Thrill und Grünton für Technoiden Sound zusammen. Ok, kommen wir zum Freitag. Da haben wir die Gravity im Prive Club und Digital Kumbia in der Nachtigall. Weiter geht's mit Samstag, dem 6.2. Frönde legen ob. Zuerst als Open Air am Aachener Weiher und anschließend geht es in Reinecke Fuchs weiter. Domhof mit Hanne und Lore. Entkühlt wie Entkühlt in der Essigfabrik und in der Eheküche mit Oliver Huntemann. 200 mit Ballarum bei Ruff auf Odonien. Traumkarneval Heinz Gaul mit Dominik Eulberg. Und in der Nachtigall zügellos mit Heito und Vito. Auch am Sonntag geht es weiter. Janowitz ist bei den Breakfast Beats im Crystal. Im Nachtflug gibt es die Green Corn. Die Teenie-Toos After-Hour in der Red-Cat-Launch. Naughty Control startet im Crystal am Abend. Beats Base Carnival auf Odonien. und Revolver XXL im Heinz Gaul. Kommen wir zum Rosenmontag. Und zwar haben wir da Super Popper Danze mit Gabriel Nander im A-Theater. Kölsch ist im Gewölbe. Romo Bütchen Rave im legendären La-Ola-Bütchen. Den Rosenmontags Rave 2016 im E-Feld. Rosenmontag Rave im Privilege. Was besonderes ist, Portobalken und Elfenohren ziehen um die Häuser. Die fangen an an der Unimensa und laufen nach Odonien, wo es dann weitergeht mit der Party. Die letzte Sache, die ich gefunden habe, ist am Dienstag. Und zwar ist das die How Deep Is Your Love mit den Parents of Cologne. Eine ganze Menge los in Köln zu Karneval, wie man sehen kann. Und ich bin mir sicher, dass ich auch die eine oder andere Sache vielleicht gar nicht gefunden oder übersehen habe. Nichtsdestotrotz, das war's heute. Ich werde mich dann entsprechend wieder nächste Woche mit ein bisschen mehr Inhalt bei euch melden. Und wünsche euch viel Spaß beim Karneval. Party hard! Bis zum nächsten Mal.